Hallo und herzlich willkommen hier bei PaddyGameTV Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an das Spiel erinnern, was ich als allererstes aufgenommen habe? Ob die Abonnenten, die von Anfang an bei mir dabei sind, ja, können es es Ich habe damals aufgehört, weil mein PC neu gemacht werden musste und ich danach das irgendwie aus den Augen verloren hatte Seitdem habe ich immer und wieder mal versucht, eine Möglichkeit zu finden, mir Zeit einzuräumen für dieses Spiel Heute ist es soweit Ich nehme es endlich weiter auf Ich weiß, es ist mit euch schon Modern Warfare 3 draußen Und das ist auch schon wieder veraltet Aber trotzdem Dieses Projekt werde ich noch zu Ende bringen, weil die Elfte habe ich schon Wir sind schon mitten in Akt 2 drin Die letzte Mission, die wir gespielt hatten, war Der einzig schöne Tag war gestern Und der Gulag Haben Captain Price rausgeholt Und jetzt sind wir beim Gegenschlag, würde man behaupten Die Evakuierungszone wird schwer getroffen und wir müssen ihnen etwas Zeit verschaffen Auf eigener Verantwortung Wir haben uns gesichtet, krachsitzbar, gesenwerfer und fehlere Einheiten und Ruhe westlich Äh, negativ, bei einem Alle verschüttbaren Luft einreisen sind mit Notfalle rekonstruktionen am Fotodest bestätigt Nach Westen zum Fliege wollte vorrichten und unter Züttung geben, Ende Das stand Ramirez, vorrücken und auf der Schusslinie des Panzerwagen bleiben! Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und drücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Overlord bestätigt. Der wollte doch nur einen Verletzten retten. Was sollte das? Mein Gott. Ich hab ganz vergessen, dass das Spiel so... Wow! Ein RPG-Noob! Die ich nur von Battlefield 3 kenne. Jetzt nicht mehr. Hier, krieg seine Granate wieder! Bei einem an eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Rücke vor zum Zwischengeschoss. Panzerwagen von Regalekampfteam 1 soll Feuer einstellen. Over. Verstanden, 2-1. Gute Jaß! Ich hab übrigens meine alten Videos mal angesehen und musste sagen... Oh mein Gott, hab ich mich damals noch komisch angehört, wenn ich so drüber nachdenke. Wie ich angefangen hab... Ich war noch relativ schüchtern mit dem Mund nicht weit aufgekriegt. Mittlerweile bin ich schon locker dabei. Weil, äh... Wieso sollte ich auch nicht locker dabei sein? Immerhin seh ich euch nicht, wenn ich dabei sprechen muss. Und außerdem hab ich mittlerweile Internetradio mal gesendet. Das heißt, da hab ich auch noch ein bisschen Erfahrung im Sprechen. Während andere Leute mir zuhören. Und ja... Auf jeden Fall ist das quasi eine Weiterentwicklung. Äh... Vergleich für mich selber. Wenn man sich meine damaligen Videos anguckt. Wegen Soundqualität, Videoqualität... Und auch meiner Stimme. Und wie ich gesprochen hab vor allen Dingen. Und jetzt das Vergleich, muss ich schon sagen, mein jetziges Griff wäre definitiv besser. Die Dinger gibt's auch bei Battlefield. Heißt die nicht, Havoc? Das war das verdammte Kapitol. Anzer 2-1. Feinde an der Südwestecke des vierten Stocks nehmen die Evakuierungszone unter Beschuss. Over. Verstanden, Superlord. Rüssen den vierten Stock vor. Ende. So, Zeit, dass ich in die Luft zu jagen. Halt's Maul, ey. Verstanden, 2-1. Auf die Sektoren achten. Die werden nur zwei f directions. Anzer 2-1. also habe ich doch das gefühl ich spiele besser als damals das wollte ich auch noch so nebenbei an alle an der einheit ich sehe das feindliche krähennet in der südwestecke vorrücken und ausschalten ja schon auf dem weg muss man klarzustellen ich glaube nicht dass der rakete das kann außerdem die werden laser markiert was Sieht unter Beschuss beim Washington Monument. Sieht bei 80% Kampfstärke. Vorderen sofortiges Schaft, schüttet euer Aufziele westlich vom Monument an. Over. Hunter 2-1, weibliche Bootsgruppen nähern sich ihrer Position. Ganz ruhig. Oh, das waren die Falschen. Ramirez, nehmen Sie diese Waffen und schalten Sie die feindlichen Fahrzeuge aus. Bewegung! Okay, und tschüss. Ich weiß ja nicht, was ich dem Heli da gezahnt habe, aber irgendwie scheint er mich nicht wirklich zu mögen. Okay, aufs Dach, aufs Dach. Oh, das war die Falschen. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Over. Verstanden, Overlord. Wir geben Luftunterstützung. Ende. Degas 2, erheben Abschluss nach links und weg. Rieber 2, fahre mit der zweiten Stufe der Erkrankung fort. Nur die IT. Overlord. Degas 2-2 ist getroffen und geht runter. Nachgeben Wörferkunft am War Memorial gesichtet. Aufhalten, wenn die aufgeschaltet sind. Händl 2-3, 2-4 und 2-5 sind alle weg. Boden einreichen, bei Lande zu reduzieren. Durchfall. Rieber 2, der Monument wird von der Hauptstraße beschaffen. Overlord an alle Einheiten. Evakuierungsbefehl Irene. Ich wiederhole. Evakuierungsbefehl Irene. Allermann nicht die Wechsel. Trafen wir uns im Arschloch. Wir sind im Arschloch. Wir sind im Arschloch. Wir sind im Arschloch. Wir sind im Arschloch. Overlord, wir sind getroffen, aber noch in der Luft. Amjustizministerium ist eine riesige Raketenbatterie. Wir greifen an. Verlieren Höhenkontrolle. Ich lasse euch. Wenn wir runtergehen, nehmen wir diese Raketenstillung mit uns. Cool, wie du willst. Wow. Ach du heilige Scheiße. Die sind gelandet und das ist unsanft. Ey, ich wach wieder auf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in einer ungünstigen Position. Oh, die Handschuhe sind zerfetzt. Wow, vor meinen Augen im Headshot. Keine Munition mehr. Was ist denn jetzt los? Das Licht kann mich doch nicht so geflasht haben, oder? Uh, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Bei Petty Game TV.